Kapitel 1 Auf dem Weg zu einer Erziehung, die das Leben bereichert Einleitung Ich möchte Ihnen eine Vision über die Zukunft der Erziehung vermitteln. Im vorliegenden Buch beschreibe ich einen Erziehungsprozess, der nicht irgendeiner willkürlichen Ordnung und Autorität, sondern dem Leben selbst zugutekommt. In diesem großen Traum werden wir in einer Welt leben, in der es nicht mehr besonders wichtig ist, dass Menschen lernen, sich Autoritäten unterzuordnen. Bevor wir beginnen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was unser Traum beinhaltet, welches Ziel wir letztendlich verfolgen. Mein Traum und mein Ziel und wahrscheinlich Traum und Ziel jedes Menschen ist eine Welt, die von lebensbereichernden Organisationen genährt unterhalten wird. Ich möchte der jetzigen und künftigen Generationen von Kindern zeigen, wie sie neue Organisationen schaffen können, die ihr Ziel darin sehen, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen, unser Leben und das unserer Mitmenschen schöner zu machen. Den Erziehungsprozess, durch den dies erreicht werden kann, nenne ich lebensbereichernde Erziehung, Life Enriching Education. Das Gegenteil nenne ich dominanzorientierte Erziehung, Domination Education. Organisationen, die das Leben bereichern Lebensbereichernde Organisationen bemühen sich um Fairness und Gerechtigkeit bei der Verteilung von Ressourcen und Privilegien. In solchen Organisationen dienen Menschen in Führungspositionen ihren Auftraggebern, statt zu versuchen, diese zu beherrschen. Gesetze, Regeln und Bestimmungen werden von allen Beteiligten einvernehmlich festgelegt und deshalb auch verstanden und bereibwillig befolgt. Lebensbereichernde Organisationen, ob Familien, Schulen, Unternehmen oder Regierungsinstitutionen, schätzen das Wohl aller ihrer Mitglieder und fördern lebensbereichernde Beziehungen zwischen den Einzelnen. Lebensbereichernde Verbindungen zwischen Menschen weisen drei Merkmale auf. Erstens, die Beteiligten verstehen empathisch, was jeder von ihnen empfindet und braucht. Sie beschuldigen sich nicht selbst und lassen nicht zu, dass Urteile, die beinhalten, dass ein Mitglied der Gruppe etwas falsch gemacht hat, sich negativ auf ihre Beziehungen auswirken. Zweitens, die Beteiligten sind sich der Interdependenz ihrer Beziehungen zueinander bewusst und engagieren sich ebenso dafür, dass die Bedürfnisse der anderen erfüllt werden, wie sie für die Erfüllung ihre eigenen Anliegen sorgen. Ihnen ist klar, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, wenn dies auf Kosten eines anderen Menschen geschieht. Drittens, die Beteiligten sorgen für sich selbst und füreinander und verfolgen ausschließlich die Absicht, das Leben aller zu bereichern. Weder die Ausübung von Macht, etwa durch Erzeugung von Schuld und Schamgefühlen, noch Appelle an das Pflichtgefühl oder an irgendeine Verpflichtung, Angst vor Strafe oder Hoffnung auf äußere Belohnungen motiviert sie und sie bedienen sich dieser Mittel nicht. Vergleich eines Traums mit einem Albtraum Meinen Traum von lebensbereichernden Organisationen kann ich vielleicht am besten beschreiben, indem ich ihn mit dem Albtraum einer Dominanzorganisation vergleiche. Organisationen, die auf Dominanz basieren Ziel Beweisen, wer im Recht und wer im Unrecht ist Dafür sorgen, dass man bekommt, was man will Der Autorität gehorchen Motivation Bestrafung Belohnung Schuld- und Schamgefühle Verpflichtung Pflicht Bewertungsmaßstab Etikettierungen Verteilungen Lebensbereichernde Organisationen Ziel Das Leben schöner machen Für die Erfüllung der Bedürfnisse aller Sorgen Zu sich selbst und anderen eine Verbindung suchen Motivation Zum Wohlbefinden anderer etwas beitragen Von anderen zwanglos etwas annehmen Bewertungsmaßstab Was dient der Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und was nicht? Was macht das Leben für dich und mich schöner? In einer lebensbereichernden Organisation bekommen wir, was wir brauchen, jedoch nie auf Kosten anderer Wenn wir etwas, was wir brauchen, auf Kosten von jemand anderem bekommen, werden unsere Bedürfnisse nicht erfüllt In einer lebensbereichernden Organisation verfolgen wir ein viel schöneres Ziel Wir drücken unsere Bedürfnisse aus, ohne andere zu beschuldigen Und wir hören uns die Bedürfnisse anderer respektvoll an, ohne dass irgendjemand etwas aufzugeben oder in irgendeiner Hinsicht nachzugeben braucht Dadurch entsteht eine Verbundenheit, die es ermöglicht, die Bedürfnisse aller zu erfüllen Lebensbereichernde Erziehung Die SchülerInnen, die an einem Erziehungsprogramm, wie ich es mir vorstelle, teilgenommen haben, lernen, ihre Autonomie und Iterdependenz zu schätzen Und erwerben die organisatorischen Fähigkeiten, die sie brauchen, um lebensbereichernde Systeme aufzubauen, in denen sie leben können In solchen Schulen können sie folgendes beobachten LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten partnerschaftlich zusammen und legen kooperativ und einvernehmlich Arbeitsziele fest LehrerInnen und SchülerInnen sprechen eine prozessorientierte Sprache Die prozessorientierte Sprache, die ich lehre, heißt gewaltfreie Kommunikation Sie lenkt die Aufmerksamkeit erstens auf die Gefühle und Bedürfnisse, die jeden Menschen motivieren und zweitens auf die Frage, welche Aktivitäten den eigenen Bedürfnissen am besten gerecht werden und zwar nicht auf Kosten eines anderen Menschen Die SchülerInnen sind durch ihre ursprüngliche Lernfreude motiviert, nicht durch Angst vor Strafe oder durch versprochene Belohnungen Tests zu Beginn jedes Kurses stellen die Bedürfnisse der Einzelnen fest Sie finden also nicht am Ende statt, um zu bestimmen, ob die SchülerInnen belohnt oder bestraft werden sollen An die Stelle von Zensuren treten Beurteilungen der Lernfähigkeit der SchülerInnen in denen beschrieben wird, welche Fertigkeiten und welches Wissen sie erworben haben Eine interdependente Lerngemeinschaft, die SchülerInnen dazu anhält, sich umeinander zu kümmern und anderen beim Lernen zu helfen, statt mit ihnen um eine begrenzte Zahl von Preisen für besonders gute Leistungen zu kämpfen Eine Gemeinschaft, deren Anliegen es ist, alle SchülerInnen darin zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen Alle Regeln und Bestimmungen werden einvernehmlich von den Beteiligten festgelegt Von SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Verwaltungsangestellten Macht wird nur zum Schutz von Bedürfnissen, wie zum Beispiel Gesundheit und Sicherheit ausgeübt, nie mit der Absicht, jemanden zu bestrafen Das System verändern Ich trete hier also nicht für einen neuen Lehrplan, eine andere Tageseinteilung, eine Veränderung der Sitzordnung im Klassenzimmer oder irgendwelche neuen Lernmethoden ein Viele meiner Leser haben wahrscheinlich die eine oder andere Idee, die ich in diesem Buch beschreibe, schon einmal selbst ausprobiert Und wir alle zusammen haben irgendwann mit allem, was hier beschrieben wird, zu tun gehabt Worum es mir geht, ist eine Veränderung auf der Ebene von Werten Eine Veränderung sämtlicher Grundlagen So radikal ist mein Vorhaben Die Menschen, die ich kennenlerne, hungern nach einer solchen Veränderung, es ist ihnen ein tiefes Anliegen Ebenso wie Morrie Schwarz in dem Buch Dienstags bei Morrie sind auch sie der Meinung Unsere Kultur vermittelt Menschen kein gutes Empfinden über sich selbst Wir bringen ihnen die falschen Dinge bei Und man muss stark sein, um sagen zu können Wenn die Kultur ihren Zweck nicht erfüllt, dann lass dich nicht darauf ein, sondern entwickle deine eigene Kultur Die meisten Menschen können das nicht Vielleicht können wir es nicht allein Doch der erste Schritt auf dem Weg zu einer lebensbereichernden Kultur ist die Bereitschaft, sie uns vorzustellen Und dann gelingt es uns vielleicht gemeinsam, sie aufzubauen Eine GFK-Trainerin unterrichtete die LehrerInnen und SchülerInnen einer Grundschule Eines Tages kam es auf dem Schulhof zu einem Konflikt zwischen zwei Gruppen von Jungen Das gab der Trainerin die Möglichkeit zu zeigen, wie die GFK in der Streitschlichtung eingesetzt werden kann Indem man den Beteiligten hilft, die beiderseitigen Gefühle und Bedürfnisse zu hören Die Mittagspause näherte sich dem Ende und eine kleine Gruppe von LehrerInnen unterhielt sich auf dem Schulhof mit der GFK-Trainerin Zwei Jungen, 10 und 12 Jahre alt, kamen zu der Trainerin Das Gesicht des Größeren war gerötet und erhielt einen Ball fest und klammert Der andere, kleinere Junge weinte Die GFK-Trainerin Lendet sich zuerst an den Jungen mit dem Ball und versucht, seine Gefühle zu erkunden Du wirkst im Moment sehr erregt und aufgebracht Junge 1 Ja, ich wollte spielen und wegen ihm, deutet auf den anderen Jungen, konnte ich das nicht Die GFK-Trainerin hört die Bedürfnisse des Jungen und spiegelt sie Du wolltest also spielen und so die Zeit mit deinen Freunden verbringen und das war nicht möglich? Junge 1 Ja, weil er kam, sich in unser Spiel einmischte und uns den Ball wegzunehmen versuchte Wir haben ihm immer und immer wieder gesagt, dass er weggehen soll Sie sind jetzt einfach nicht dran mit Spielen GFK-Trainerin wendet sich dem zweiten Jungen zu, um herauszufinden, ob er die Bedürfnisse des ersten Jungen zu hören vermag Kannst du mir sagen, welche Bedürfnisse du aus dem, was er gesagt hat, heraushört? Junge 2 Ja, sie wollen nicht mit uns spielen GFK-Trainerin fragt den zweiten Jungen noch einmal Ich höre, dass du auch frustriert bist und ich möchte immer noch, dass du in deinen eigenen Worten sagst, was du ihnen sagen hörst Junge 2 Dass sie beim Spielen nicht bestört werden wollen GFK-Trainerin So habe ich das auch gehört Und jetzt möchte ich gern von dir hören, wie das für dich ist Junge 2 Wir wollen auch spielen, aber weil sie größer als wir sind, lassen sie uns nie auf das Spielfeld Die GFK-Trainerin wendet sich an den ersten Jungen Und was hast du ihnen sagen hören? Junge 1 Ja, er will auch spielen GFK-Trainerin Ich habe nun gehört, dass ihr beide spielen möchtet Und ihr möchtet beide an der Entscheidung darüber, wer von euch wann und wie das Spielfeld benutzen darf, beteiligt sein Junge 2 Es ist einfach nicht fair Nur weil sie größer sind, bekommen sie immer ihren Willen GFK-Trainerin hört seine Bedürfnisse Du möchtest also respektiert werden und du möchtest fair behandelt werden, stimmt's? Junge 2 Ja GFK-Trainerin Möchtest du genauso lange auf dem Spielfeld bleiben können, wie die anderen? Würde das dein Bedürfnis, fair und respektvoll behandelt zu werden, erfüllen? Junge 2 Ja GFK-Trainerin Einen ersten Jungen gewonnen Wahrscheinlich möchtest du auch fair behandelt werden, oder? Junge 1 Ja GFK-Trainerin Seid ihr jetzt bereit, darüber nachzudenken, wie sich das erreichen lässt, oder braucht einer von euch noch mehr Verständnis? Junge 2 Er nimmt das Spielfeld doch sowieso wieder in Beschlag Junge 1 Woher soll ich denn wissen, ob er nicht doch weiter unser Spiel stört? GFK-Trainerin Das klingt für mich, als müsstet ihr beide darauf vertrauen, dass der andere sich an die Abmachung oder die Benutzung des Spielfelds hält Junge 1 und 2 Ja GFK-Trainerin Deshalb ist es wichtig, dass ihr mit der Vereinbarung, die ihr trefft, beide wirklich zufrieden seid Und ihr müsst aufrichtig erklären, dass ihr euch eine Weile an diese Regelungen halten werdet, um zu sehen, ob sie funktioniert Seht ihr das auch so? Junge 1 und 2 nicken beide Ja GFK-Trainerin Wahrscheinlich habt ihr beide ein paar Ideen dazu, wie das geregelt werden könnte Möchtet ihr darüber gerne allein miteinander sprechen und mir und euren LehrerInnen anschließend mitteilen, was ihr euch überlegt habt? Oder möchtet ihr lieber, dass an eurem Gespräch eine erwachsene Person teilnimmt? Beide Jungen erklärten, dass sie zunächst unter sich darüber reden wollten Schon nach kurzer Zeit hatten sie sich darauf geeinigt, das Spielfeld an einigen Tagen aufzuteilen und es an anderen Tagen abwechselnd komplett zu nutzen Sie waren bereit, dies zwei Wochen lang auszuprobieren und sich dann noch einmal zu treffen, um miteinander über ihre Erfahrungen mit der neuen Regelung zu sprechen Während die Jungen das aushandelten, wandte sich die GFK-Trainerin an die LehrerInnengruppe, die diese Mediation miterlebt hat GFK-Trainerin, ich bin neugierig, was sie bei dieser Interaktion beobachtet haben Lehrer1, ich fand es erstaunlich, dass sie so schnell ohne Hilfe von außen eine Regelung gefunden haben GFK-Trainerin, sie sind also erstaunt und wahrscheinlich auch erfreut, dass diese Schüler, die einen Konflikt miteinander hatten, so schnell zu einer einvernehmlichen Regelung gekommen sind Lehrerin1, ja, und ich habe darüber nachgedacht, wie ich mit so einer Situation umgegangen wäre und wozu das geführt hätte GFK-Trainerin, und was ist bei diesen Überlegungen herausgekommen? Lehrer1, wahrscheinlich hätte ich den älteren Jungen ausgeschimpft und ihm für eine Woche verboten, das Spielfeld zu benutzen oder etwas in der Art Ich hätte ihn wohl irgendwie bestraft und er hätte mit dem Jüngeren bestimmt nicht geredet Lehrer2, ich habe das gleiche gedacht, nur hätte ich wahrscheinlich den Jüngeren bestraft, weil er das Spiel der Älteren bestört hat Vielleicht hätte ich auch seiner ganzen Gruppe für eine bestimmte Zeit verboten, auf das Spielfeld zu gehen und sie aufgefordert, in dieser Zeit über ihr Verhalten nachzudenken, bis sie lernen, miteinander auszukommen Auf diese Weise kann man solch einen Konflikt zumindest eine Zeit lang entschärfen GFK-Trainerin, nachdem ich das von Ihnen gehört habe, kann ich mir vorstellen, es interessiert Sie beide, ob es den Schülern gelingt, diese Angelegenheit selbstständig zu regeln Lehrer1, ja, und ich möchte auch lernen, Ihnen zu helfen, Dinge selbst zu regeln, so wie Sie es gerade getan haben Ich möchte Sie nichts denn an, oder? fick ich ein Konflikt bisievers CAT ab alles